Hallo Freunde, was geht ab? Hier ist euer Lukas Show und heute habe ich mal wieder eine coole Anlage am Start. Hier einmal die beiden Lautsprecher und hier haben wir das gute Stück von Grundig, die vier Feinarts. Ich hoffe, man erkennt es hier. Ja, Feinarts. Dürfte man hier hoffentlich erkennen. Und heute will ich damit mal einen Soundcheck machen. Wenn mein Handy jetzt gerade mal dazu Lust hätte, was es aber nicht hat, und starten wir mal das Lied. Einfach nur himmlisch, der Klang. Einfach nur ein bisschen mehr was. Vielleicht mal hier auf die Mitte einfach. Ballast kann man natürlich auch hier einstellen. Hier kann man auch ein bisschen höher machen, die Töne. So, klingt geil. Hier natürlich auch ein Bassreflex. Soviel zu dieser Anlage. Da kann ich euch keinen Link im Internet zugeben, da ich mir die privat in einem Second-Hand-Shop gekauft habe für 20 Euro. Ich hoffe, euch hat das Review mal dazu gefallen. Viel Spaß. Bis zum nächsten Video. Euer Lukas Show. Peace. 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 Peace.